das wollten wir ja nicht ist das 400 das ist okay wir können wir schaffen brauchen wir doch für unseren für unseren reaktor dann nachher der einwohner hat auf dem weg der auf dem weg der besserung die haute ab machte das denn Trotzdem haben wir gewonnen, wir sind so gut. Uranbergwerk, was kostet denn das alles klar, erst mal zurück. Wo waren wir denn jetzt da? Aha. Aha. Wenn schon radikale Kur, dann richtig. Okay. 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 Das einzige Positive ist ja, dass Wartungszeile immer die gleichen bleiben. Erst mal. Nur die Art der Forschungsteile ändert sich ja. So, der braucht Elektronikteile, ob Sie sehen. Und der braucht Eisen weg. Weg. Und der. So, das war der. Ach. Ach, bin ich froh, wenn ich das schaffte. Aber erst mal. Dann können wir wirklich nichts weiter machen. Erst mal. Dann müssen wir gucken, wie sich das auswirkt. Und es sollte doch eigentlich zu merken sein dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ah, das waren die. 459. Aber es läuft. Es läuft schon mal was an. Also by... Yeah. Und... Ja. Das Schiff ist ganz... was einfaches... wo... Ja, das ist... die sind... so... 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 wie ich bin... schon mal... schon mal... schon mal... grün... 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 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... ... rote Teile... ... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 5... ... ...